So, hier sind wir jetzt in einem Innenhof im Mövenpick Ilgunach. Und hier ist ja wie so ein kleiner Bazar aufgebaut. Hier gibt es kleine Geschäfte, hier gibt es verschiedene Spezialitäten, Restaurants. Hier kann man zu Abend essen. Das ist total schön. Ja, ich finde, das ist sehr mit dem italienischen Stil angelegt. Total wirklich einladend, ganz, ganz toll. Und wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, einfach hier auf Gefällt mir drücken. Dann seht ihr weitere Videos von uns oder uns auf www.fella.de besuchen.